so und ich bin da hallo und willkommen zu meinem neuen video ja wie ihr seht diese diese was steckt beim youtube gelöscht wirklich dahinter ich habe gerade recherchiert aktualisiert am 7 november um 15 uhr über 3 3,3 millionen mal wurde das video aufgerufen was 60 millionen mal kommentiert warum es youtube nächstes jahr nicht mehr gibt stammt von dem kanal wissenswert macht youtube nutzern deshalb groß angst und sammelt mit der panikmache immer mehr kriegst mittlerweile sind zahlreiche youtuber auf den zug aufgesprungen die plattform wird derzeit überschwemmt von videos die entweder behaupten das ende von youtube sei nah oder die erklären warum youtube doch nicht noch eine zukunft hat eigentlich hat es natürlich youtube eine zukunft weil das die youtuber dann ist nicht arbeitslos mehr sondern verdienen immer mehr geld und daran das war auch mal verändert na gut ich bin ich bin ja nicht so ich bin ja als leidenschaftlicher youtuber ich weiße ich spiele nur auf opi und weiter und so weiter auch auf politikseite wie jetzt wie youtube so entsteht also wie youtube jetzt naja was ich so sagen kann ich bin ja seit 2014 oder so jetzt gehe ich auf diesen kanal und eigentlich seit 2009 eigentlich auf anderen kanal da ich da webmusik gemacht habe ja gut youtube wird gelöscht das zumindest behauptet ein video aber es sei bei youtube alles perfekt doch in einigen monaten werden fast alle kanäle die wir kennen lieben und immer wieder angucken gelöscht werden egal wie groß und beliebt niemand wird übrig bleiben bis auf einige kanäle von sehr großen firmen erklärt eine männerstimme in dem video der grund sei ein eu-gesetz das noch verhandelt wird also keine große drama machen weil es wird langsam verhandelt ich weiß nicht warum so ist warum langsam verhandelt der artikel 13 des gesetzes sehe vor dass in zukunft alle webseiten auf den inhalt wie textfoto video oder musik hochgeladen werden können für ihre inhalte aufbauen gemacht werden durch dieses neue gesetz werden seiten wie facebook und youtube täglich mit hunderttausenden klagen überschwemmt werden millionen milliarden schwere strafen werden sie wollen youtube bräuchte einen besseren ablauffilter allerdings haben wir die plattform bereits den besten der welt youtube sei also gezwungen alle kanäle die nicht zu großen medienunternehmen gehören zu löschen youtube wird nur noch eine mediathek sein schlussvoll die videomacher die lösung vorschlag im video und dem entgegen zu zwirken sollen nörder unter ihr posten den hashtag hashtag save you internet setzen und begründet warum sie gegen den artikel 13 sind sie sollen abgeordnete mail schreiben und eine petition unterschreiben doch ist das wichtig nötig artikel 13 der eu überrechtsreform und ihre werke sollen besser geschätzt werden bisher haften die internet nutzer für die inhalte die sie im internet hochgeladen soll der artikel 13 der reform umgesetzt werden haften in zukunft stattdessen die betreiber der website auf denen die inhalte hochgeladen werden sowohl das video des kanalwissenschaften nimmt direkt bezug auf einen offenen brief der youtube-chefin susan foieciki darin schrieb sie die geblattereform könnte youtube dazu zwingt nur innerhalb von einer hand voll große unternehmen zu lassen diese darstellung wird allerdings von vielen medien in zweifel gesungen für youtube zum löschen von kanälen gesungen die reform würde youtube nicht dazu zwingen alle privaten kanäle zu löschen sondern lediglich dazu die inhalte auf der plattform besser zu kontrollieren dafür sollen beispielsweise ob er wieder genutzt werden das ding der jugend radio sender des youtube westfunk schreibt für susan foieciki wäre es nur die einfachste möglichkeit die menschen dazu bewegen gegen die artikel 13 position einzulegen denn dann muss youtube nicht haften und auch nichts löschen damit würde es sich youtube aber der verantwortung entziehen und das schweizer der rechnen portal verantwortung weist darauf darauf hin dass online portal in dem wald dass die reform tatsächlich umgesetzt würde licenz für europäure rechtlich geschützte material erfährten könnte zu spärungen müsste es dann gar nicht erst kommen das ist einfach nur quatsch na gut quatsch ist halt nicht aber einige 13 muss man die petition also ich denke unter der bildschreibung normal die petition ich muss mal gucken wie viel nummer ich glaube ist ja schon über zwei millionen oder schon so viel ist es schon auf jeden fall warum dann die bank auf youtube funktioniert die bank machen für die youtuber deshalb sehr gut nicht nur der kanal wissen wer der wöchentlich infotainment videos hochlädt und von den nutzern felix und Simon betrieben wird hat zahlreiche klicks gesammelt auch not a wayfox hat mit mein kanal wird gelöscht hat das ende von youtube bereits über 950.000 klicks gesammelt mein kanal wird gelöscht von luca ist bei 1,1 millionen aufrufen das ende von daily vlogs von moritz bei 150.000 war gestern online also ihr könnt mal gucken ich glaube ich verlinke mal da oben könnt ihr mal gucken also von herr irgendwo wo man sagt ich habe gestern angeboten richtig geil auch wo man das erste wenige stunden alte video youtube für gelöscht menschen reagieren würde also ich verlinke doch nicht weil es ist ein quatsch warum youtube 2019 nicht tot ist also das ende von daily aufrufen das erste wenige stunden alte video youtube für gelöscht menschen reagieren wurde schon über 35 millionen ne 35.000 mal vor angesehen warum youtube 2019 nicht tot ist hat mr wissens2go fast 350.000 klicks eingebracht und youtube geht 2019 unter 5 weg ist bereits bei 680.000 klicks angekommen EU-Elberrecht wann wird entschieden noch arbeiten das europäische parlament der rat der EU-Mitgliedstaaten und die EU-Kommission an dem genauen fortlauf des gesetzes kurz vor dem europa vor allem im mai 2019 soll dann darüber abgestimmt werden Fazit Zukunft von youtube noch offen weil es schwächt es besteht keine Zukunft also es ist noch offen also kann sein dass Artikel 13 nicht dazu kommt dass also die Broadcast Broadcast Jude selbst noch bleibt also für uns YouTuber natürlich ist wie besser als gar nichts selbst wenn die U-Berrechtsreform verabschieden würde müsste das nicht das Ende von youtube bedeuten die Plattform könnte beispielsweise doch bessere Ablauffelder oder dem Kauf von Lizenz den Wege finden private Kanäle weiterhin zu ermöglichen wie youtube auf der Reform reagieren führt ist derzeit unklar klar ist nur würde das das gesetz gegift wäre das für youtube selbst die einfachste Lösung die einfachste Lösung also ja das war's ich habe also ich verlinke den auf den da wo ich her habe den Artikel ist von hna.de wenn ich den hier und den Bernigen sehe ich ja das war's erstmal ich habe euch vorgelesen dass ich mal was recherchiert habe ja ja auf jeden Fall das ist richtig krass ja auf jeden Fall das ist richtig krass ja das ist geil die müssen einfach die Lösung finden also beispielsweise die müssen mal die Musik reinstellen und die Lizenzen verkaufen oder so das ist richtig geil oder was anderes ähm weil wir also wir also wir haben nur private Kanäle dass wir ja keine Ahnung ich weiß selber nicht ich habe keinen Plan warum ihr könnt mal unterkommendieren was ihr was ihr an youtube verändern möchtet oder so oder was ihr den Artikel 13 verändern möchtet einfach unterschreiben und bald könnt ihr auch mal eben ein Video zeigen oder so dass wir dann gemeinsam äh beantworten können oder so das war dann ja das ist ja gefällt so machen gut unterkommendieren was ihr bei youtube verändern möchtet bei Artikel 13 ja wenn du wenn du beim Snapchat irgendeine Bilder reingemacht hast äh mit dem Marke verhaftet wird also die Marke zu dem Snapchat verklagen weil es eine oberrechtliche geschützte Marke also ich weiß nicht ob es wirklich so durchkommt also ich glaube es nicht weil die Session ist gerade mal über 2000 äh und das geht schon mal gut und ich sage schon mal tschüss und bis 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 später mal und auch mal rein und lass mal ein Abo da und gewendetrücken nicht vergessen und ja wir sehen uns später bis 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 zum nächsten Mal.